Servus Leute, heute habe ich einen Customs Raid für euch. Da habe ich die Goons gejagt, ich musste noch Knight killen und ich muss sagen, das war mit einer der besten Raids, die ich jemals hatte auf Customs. 15 Minuten, da ging es einfach voll zur Sache. Ich will gar nicht mehr spoilern, schaut es euch einfach an, es lohnt sich. Ich bin übrigens dazu täglich live of Twitch, twitch.tv slash outside, da würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Ich musste heute wieder eine Ibo nehmen, dann sind sie zwar weg, das läuft auch alles, aber es kam dann doch wieder. Mal sehen, wie es am Donnerstag aussieht. Timo! Da hast du gut mitgedacht, was soll ich sagen. Dankeschön für die 6 Euro und servus, wie geht's? Danke für den Support. Gestern erst, heute wieder. Beste Art des Supports bleibt am meisten hängen. Ich kann es bloß immer wieder betonen. Sind da. Hier rein, hier rein, hier rein. Stopp! No! No! Der ist nicht tot. Oh Gott, was mache ich hier? Jawohl Jawohl, hab ihn Gut Da hinten ist er Halt die Waffel Nice Hab ihn, hab ihn Oh Messer, hab da gesehen, er liegt drum Scheiße, der ist nicht tot Hat er echt War das echt Alter, der hat da oben rausgepiekt? What? Hier? No way No way hat er da oben rausgepiekt No way Der piekt da oben raus Aus dem Fenster Okay, Risiko Dürer Ex Hier drin Steps Ich spiele daran. Ich spiele das. Fall over com. Not zwei. Ganz okay gespielt, ja, ne? Der letzte macht sich ins Helm, da ist noch einer. Ah, dieses Play wurde gesponsert von 762 BP. Ey, shit, das ist so krass, die Abo. Okay, ich dachte schon echt, das wäre Birdeye, der sich da rauslehnt, aber... Ich habe ihn sogar genaded beim Looten. Ja, nice. Es waren vier. Ich denke so, too. Okay. 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 Ja, nehmt ihr die Griffel aus meinem Loot. Ne, 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 ne. Gutes Videomaterial. Es geht. Ist im Rahmen. Ganz okay. Moin Schweinmann. Okay. 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 Hauptsache, alles erst mal gedootet. Ja, ja, ja. Erst mal alles reinsaugen. Hallo? Masti, Dankeschön für den Hallo-Remix. Und die 750 mal wieder. Hallo? Danke für den Support. Und servus, wie geht's? Danke dafür. 47. 44. Habe ich jetzt die Weste? Ne, habe ich nicht. Brauche ich ja. Herr Dirk. Ah, Rips, Galface. Gimme. Wäre schön, wenn man scheren könnte. Hey. Can I help you? Okay. 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 Ach komm, hör auf. Echt das? Ach komm, hör auf. Da ist es noch raus hier. Level 14 in der X-Grid, ja. So, Night erledigt, wundervoll. Wundervoll. Leute, ihr wisst, was kommt. Macht Hallo YouTube im Chat. Hier kam echt noch einer angerannt. Hallo YouTube, verewigt euch. War brauchbar. Im Rahmen. Akzeptabel, würde ich sagen. 15.500 XP. Und die Gutes und sechs Kills oben drauf. I take it. I take it. Da, Boss, Night, Big Pipe, Bird Eye. Bam, 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 bam. Level 1. Da sagen wir jetzt mal nix. Beste 10 Minuten Neo-Best. Das war echt ein wirklich schneller, wirklich guter Rate, oder? Hallo? 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 Dankeschön für die 200 Bits. Danke für den Hallo. Für den Hallo-Support. So, machen wir hier einen Marker. Ein wunderschöner Rate. Der war echt... Der war gut. To get away. To see you again. See you again. Been fighting ways. To get away. To see you again. See you again.